Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Und ich kann Sie schon mal beglückwünschen, dass Sie dem Sturm getrotzt haben und den Weg heute hierher gefunden haben. Das lohnt sich sehr, denn heute haben wir einen wirklich sehr besonderen Film in unserer Reihe, eigentlich sogar zwei, kann ich gleich auch schon mal sagen, einen Vorfilm noch dazu. Die Reihe heißt ja Was tut sich im deutschen Film? Das ist unsere monatliche Reihe, wo wir immer ein aktuelles, herausragendes deutsches Kinowerk Ihnen präsentieren. Wenn ich wir sage, dann heißt das in Kooperation mit EPD Film. Das ist Deutschlands führendes Fachmagazin zum Thema Film. Und da ist heute auch Rudolf Warschek hier, der wird aber heute nur zuhören, weil das Gespräch nachher wird Margret Fröhlich führen, da freuen wir uns sehr drüber. Sie hat früher die Arnoldshainer Filmgespräche auch geführt und ist jetzt Leiterin der Evangelischen Akademie hier in Frankfurt. Vielen Dank, dass auch du heute da bist und dann sprechen wirst. Und noch mehr freue ich mich natürlich, dass unser Gast, die Regisseurin der beiden Filme, die wir gleich sehen werden, heute den Weg aus Berlin trotz Zugverspätungen und allem dazugehörenden gefunden hat. Bitte begrüßen Sie mit großem Applaus Alison Kuhn. Willkommen in Frankfurt. Schön, dass du da bist. Hallo. Grüße dich. Also ja, zwei Filme, das hat folgende Bewandtnis. Wir zeigen heute The Case You, aber vorweg auch noch einen Kurzfilm, den du gemacht hast, weil mit beiden bist du richtig durchgestartet, kann man so sagen. Vorweg möchte ich dir nur mal so zwei, drei Fragen stellen, was damit so auf sich hatte. Case You war Premiere damals Amsterdam, dann in Deutschland beim Offilspreis, da haben wir uns kennengelernt. Du direkt den ersten Preis auch gewonnen für die Musik im Dokumentarfilm, aber alles während Corona. Hast du irgendwas miterleben können in dieser Zeit mit diesem Film, der jetzt ja seinen Kinostart vor einem Monat hatte? Ja, das hat aber so ein Dreivierteljahr gedauert. Also ein Dreivierteljahr waren alle Premieren online. Das war richtig traurig, weil wir haben uns alle drauf gefreut, dann im Kino zusammenzukommen und das zu zelebrieren, was wir gemacht haben. Und dann saßen wir alle nur vor unseren Laptops zu Hause im Wohnzimmer. Und dann war ich aber zum ersten Mal in Madrid. Da haben wir das Festival des Deutschen Films eröffnen dürfen. Und das war dann umso feierlicher endlich vor Ort mit Publikum. Publikum macht das Film, Filme machen ja auch aus. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast ja sogar viele Preise gewonnen. Ich habe es schon angeteasert. Bester Dokumentarfilm, auch den Deutschen Dokumentarfilmpreis gewonnen. Das war natürlich ein wahnsinns Ding, vor allem, wenn man weiß, das ist ja wirklich deine allererste Regiearbeit gewesen. Für Kunst und Kultur. Ja, klar. Aber wie lief das ab? Hast du das dann auch nur nach Hause geschickt bekommen oder wie kann man sich das vorstellen? Den habe ich tatsächlich überreicht bekommen. Sie hatten gesagt, sie müssten irgendwie das Interview, das wir vorher per Zoom geführt hatten, nochmal aufnehmen, weil es technisch irgendwie qualitativ zu schlecht war. Ich bin super gutgläubig. Ich habe das auch direkt geglaubt. Und ach so, okay. Dann kamen sie nach Babelsberg und dann saßen wir dort und haben das Interview geführt und dann haben sie mir am Ende diesen Preis in die Hand gedrückt. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Ich dachte, ach, für die Nominierung, das ist ja nett. Und dann war es dann doch der Preis. Klasse. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist eine tolle Auszeichnung. Kann man auch mal applaudieren. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn du Babelsberg sagst, Film-Uni Babelsberg, darüber redet ihr wahrscheinlich nachher dann im Gespräch. Letzte Frage natürlich. Jetzt kommt der Vorfilm, der eigentlich, Vorfilm, es ist ein Kurzfilm, der auch dann direkt für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert war. Also auch das sehr beeindruckend. Fluffy Tales. Auch beim Max-Uffels-Preis hat es dann seine erste Ausstrahlung gehabt in Deutschland. Magst du uns was für Fluffy Tales mit auf den Weg geben? Ich kann sagen, dass die Filme eng miteinander zusammenhängen. Fluffy Tales ist eigentlich sehr spontan entstanden. Ich wollte einen ganz anderen Film drehen ursprünglich. Das war März 2020. Und dann haben wir gerade die Wände der Spielwohnung türkisfarben gestrichen, als der Anruf kam, dass alle Produktionen mit sofortiger Wirkung gestoppt werden. Und dann konnten wir im Sommer die Dreharbeiten wieder aufnehmen. Es war aber klar, den Film durfte ich nicht drehen, weil es zu viel Berührung gab vor der Kamera. Und dann haben wir innerhalb von drei, vier Wochen einen komplett neuen Film auf die Beine gestellt. Und ich hatte eben das Glück, dass ich auf diese Recherche über Grenzüberschreitung und Machtstrukturen zurückgreifen konnte, die ich für The Case You einige Jahre lang gemacht habe. Und habe deshalb dann inspiriert davon Fluffy Tales entwickelt. Genau. Und dann direkt im Anschluss läuft The Case You. Genau. Und willst du da auch noch was vorweg sagen oder alles dann im Gespräch danach? Ich glaube, ich lasse ihn erst mal wirken und dann könnt ihr mir gerne alle Fragen stellen danach. Genau. Also bleiben Sie unbedingt sitzen. Nachher gibt es dann das Gespräch. Schon mal schön, dass du hier bist und uns die beiden Filme mitgebracht hast. Dankeschön, Alison Kuhn. Viel Vergnügen beim Film. Ja, das war The Case You. Und jetzt begrüßen Sie nochmal mit Applaus die Regisseurin Alison Kuhn hier vorne bei uns. Und Margret Fröhlich, die das Gespräch führen wird. Den Applaus halten wir durch, bis sie vorne ist. Jetzt Alison. Ein Applaus. Nehmen gerne schon mal Platz an der Stelle. Hier ist für dich und hier Margret. Und ich sage schon mal vorweg, so die Hälfte des Gesprächs wird Margret Fröhlich. Die Fragen stellen, dann öffnen wir es auch fürs Publikum. Dann komme ich auch mit dem Mikro zu Ihnen. Aber jetzt euer Gespräch. Ja, schönen guten Abend. Willkommen Alison Kuhn hier im Deutschen Filmmuseum im Rahmen der Reihe Was tut sich im Deutschen Film? The Case You. Das ist der Film, um den es jetzt gehen wird in dem Gespräch. Und ich denke, wir kommen dann auch auf deinen Kurzfilm zu sprechen, Fluffy Tales, den Sie ja alle auch vor dem Film, im Vorprogramm gesehen haben. Moment. Der Film, The Case You, läuft jetzt seit dem 10. März in den deutschen Kinos und hat auch schon eine ganze Menge an Aufmerksamkeit bekommen. Er ist gestartet auf einer ganzen Reihe von Filmfestivals von Amsterdam bis Cape Town. Und wir haben gehört, dass du bei vielen dieser Festivals nicht dabei sein konntest, weil es mitten in die Corona-Zeit fiel. Der Film hat auch schon eine eindrucksvolle Menge an Preisen gewonnen. Vor allem den Deutschen Dokumentarfilmpreis in der Kategorie Kultur, alles 2021. Und dann auch auf dem Max-O-Fields-Festival für die beste Musik, die Dasha Dauenhauer komponiert hat. Ganz tolle Komponistin. Außerdem den Megaherz Student Award beim Doc-Fest in München, der an einen herausragenden Dokumentarfilm von Studierenden von einer deutschsprachigen Filmhochschule gemacht wird. Außerdem war er der beste Dokumentarfilm von Achtung Berlin, dem Festival. Und er ist jetzt auch in der Vorauswahl nominiert für den Deutschen Filmpreis. Herzlichen Glückwunsch zu alledem. Dankeschön. Ja, ich würde gerne ein bisschen auch biografisch beginnen. Du studierst an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam. Noch, kann man sagen. Nicht mehr so sehr lange. Aber seit 2018. Du bist, wenn ich das richtig alles so gelesen habe, sonst korrigiere mich, aufgewachsen in einem kleinen Dorf. Nördlich von Saarbrücken und hast da aber schon die Idee gefasst, dass Film das sein könnte, ja, was du mal beruflich machst. Bist dann nach Berlin gegangen, hast erst mit einem Literaturstudium begonnen, dann eine Schauspielausbildung gemacht von 2013 bis 2015 und dich dann für das Regiestudium beworben. Du bist Regisseurin heute, Autorin und Schauspielerin, Autorin nicht nur für Drehbücher, sondern du bist auch Lyrikerin und hast 2017 den Wettbewerb für junge Lyrik gewonnen. Schon länger hier. Ja, das Biografische. 2018 hast du dich beworben für ein Regiestudium an der Filmuniversität Babelsberg. Und ich habe gelesen, bei der Aufnahmeprüfung, da hast du die Idee gefasst, diesen Film, der jetzt The Case You wurde, den will ich machen. Erzähl mal, wieso und warum. Ja, das war der Montag, also man hat da immer so eine ganze Prüfungswoche von Montag bis Freitag, muss ich da diversen Aufgaben stellen, Inszenierungsübungen, Schreibübungen, man musste auch selbst spielen, man musste einen Dokumentarfilm drehen, also viele verschiedene Sachen, sehr nervenaufreibend. Und an dem Montag wurde ich von einem Mitbewerber angesprochen, das erzähle ich im Film auch einmal kurz, der mich wiedererkannte von diesem besagten Casting. Wir hatten dann eine Diskussion vor den anderen BewerberInnen und das hat auch nicht wirklich zufriedenstellend geendet. Und dann saß ich abends zu Hause und habe mich total ohnmächtig gefühlt. Und das war fatal, weil ich eben erst den ersten Tag dieser Woche durchgemacht habe. Und dann habe ich aber an dem Abend beschlossen, dass ich, wenn ich das schaffe, da zum Regiestudium angenommen zu werden, dass ich das dann nutzen werde, um einen Film daraus zu machen. Und dann hatte ich auf einmal wieder Power und dann war irgendwie alles gut. Und dann habe ich auch diese Prüfungswoche geschafft und dann ist im ersten Studienjahr dieser Film entstanden. Also gleich nach einem Jahr, ging ja dann auch sehr schnell, von der Idee dann bis zur Umsetzung und dem fertigen Film. Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn du das mal schildern könntest. Also wie kam es dazu, dass du den anderen, den fünf Frauen begegnet bist, die jetzt als Protagonistin in dem Film auftreten? Und ich vermute, du hast auch darüber hinaus Frauen kennengelernt, die damals, es waren ja glaube ich insgesamt 600 junge Frauen, teilweise noch minderjährig, die zu diesem Casting gegangen sind und diese Art von Erfahrung gemacht haben, um die es geht. Wie kam es erst mal zustande, dass du den Kontakt zu den anderen Frauen bekamst? Also um das mal zeitlich einzuordnen, die Idee entstand dann, ich glaube April, Mai war diese Aufnahmeprüfungswoche. Dann habe ich die Idee reifen lassen und dann im Oktober, als das Studium anfing, direkt angefangen, mein Team zusammenzustellen. Also mit Studierende anzufragen, die dann alle eigentlich direkt an Bord waren. Das war total schön, auf einmal dieses Gefühl von Gemeinschaft zu haben und wir alle machen das jetzt zusammen und alle haben erkannt, wie wichtig das ist, was wir machen. Und dann habe ich, ich glaube so ab November angefangen, die Frauen anzufragen. Wir wurden nämlich von Crew United, das ist eine Filmvernetzungsplattform, miteinander verknüpft, weil Crew United aufgefallen war, dass es mit diesem Film, der da entstanden war, nicht mit rechten Dingen zuging. Und die haben angefangen zu recherchieren und haben uns verknüpft und ganz tolle Betreuungsarbeit geleistet, auch bis heute. Und darüber bin ich dann auf die Klägerinnen aufmerksam geworden, auf die Klage überhaupt. Wollte deshalb auch so schnell wie möglich diesen Film drehen, weil ich noch drehen wollte, während dieser Prozess im Gange ist. So das? Weil ich, weil ich diese Unmittelbarkeit haben wollte, weil ich ja auch so wenig wie möglich nacherzählen wollte. Der ganze Film ist natürlich eine Nacherzählung, aber ich wollte es trotzdem sehr, sehr direkt halten. Und damals wusste ich nicht, dass wir jetzt drei Jahre später immer noch hier sitzen würden und keine abgeschlossene Klage haben würden. Also es gibt noch ein anhängiges Verfahren und irgendwo habe ich gelesen, im April jetzt wird ein Urteil erwartet? Hoffentlich. Dazu muss man auch sagen, es ist wahnsinnig teuer, so eine Klage zu führen, zumal die auch in der Schweiz geführt wird. Da ist alles noch teurer. Dafür gibt es auch ein Crowdfunding übrigens, nutze ich das mal hier. Falls jemand Lust hat, es weiterzuleiten oder zu spenden, gerne auf gofundme.com. Und der Titel ist Persönlichkeitsrechtsklage von Schauspielerinnen. Oder sprecht mich nachher an, ich kann euch auch ein QR-Code zeigen. Ja, das wollte ich noch einmal loswerden. Ja, wir hoffen, dass es bald abgeschlossen ist. Kommen wir mal zu dem Konzept des Films. Das ist ja ein eindrucksvoller Film, der sehr ungewöhnlich ist von der Machart. Also ihr habt da in einem Proberaum in der Hochschule, in der Filmuniversität diesen Film gedreht. Hat auch ein bisschen was Theaterhaftes. Also die Bühne ist aber keine Reinszenierung. Wie kam es von der Idee, dass du dachtest, die und die Form, die will ich haben oder die passt zu dem, was ich umsetzen möchte? Also ich habe erst mal einfach darüber nachgedacht, welches Konzept möchte ich verfolgen. Und mir war schon recht schnell klar, dass es was sehr Reduziertes sein sollte. Ich wollte jetzt nicht so eine klassische Verfolgungsdoku drehen, sondern mir war schon klar, dass es irgendwie einen anderen Rahmen braucht. Dann hatte ich irgendwie sehr spontan dieses Bild von einer Theaterbühne im Kopf und dachte, hey, warum könnte nicht der ganze Film eigentlich dort spielen? Das macht ja Narrativ auch Sinn. Es schlägt einen Bogen zu der Situation, über die wir sprechen. Es ist auch ein Raum, der für die Protagonistin ein natürlicher ist. Das ist ihr Arbeitsumfeld. Da kennen sie sich aus, da fühlen sie sich wohl. Und praktisch war auch, dass wir einen Theaterseil an der Film-Uni Barbiesberg haben. Wir hatten ja auch nicht so viel Geld für die Produktion. Kannten sich alle vorher untereinander? Nee. Wie ging es dann los mit den Dreharbeiten? Wie viel Zeit hattet ihr und wie viel Material habt ihr insgesamt gedreht? Wir hatten 25 Stunden Bildmaterial, generiert an viereinhalb Tagen, Drehtagen. Also auch mit zwei Kameras zum Teil. Viereinhalb Tage, weil es nicht anders möglich war, die Frauen zusammenzubekommen. Die kommen aus unterschiedlichen Ländern. Isabel kommt aus New York, Aileen aus der Schweiz. Und das war sehr schwierig. Deshalb haben wir dann an Ostern 2019 gedreht. Die Frauen kannten sich größtenteils nicht. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass es so bleibt. Denn wir wollten ja das erste Zusammentreffen wirklich auf unserer Theaterbühne haben. Das ist aber riskant. Und da haben sich alle auch bereitwillig drauf eingelassen? Ja, es handelte sich ja nur um einen Tag, den sie sich dann nicht über den Weg laufen durften. Wir haben nämlich mit den Einzelinterviews angefangen. Und da haben wir dann immer dafür gesorgt, dass sie sich nicht begegnen. Und an dem Tag des Aufeinandertreffens haben wir sie in verschiedenen Räumen untergebracht und dann von einzelnen Personen runterführen lassen. Weil wir wollten eben diesen magischen Moment. Das sieht man ja auch teilweise im Film. Also wenn man das weiß, dann spürt man das bei einzelnen Szenen, wo einige dann eben alleine da sitzen und sich erst mal vorstellen. Und es gibt auch eine Begegnungsszene. Genau, das war das erste Aufeinandertreffen. Die Frauen waren ja seit einem Jahr in ganz engen Kontakt über E-Mail, Telefonate, also wegen der Klage. Also sie hatten eigentlich das Gefühl, sie kennen sich schon, aber haben sich noch nie in persona in die Augen geschaut. Ja, also es gibt ja unterschiedliche Ebenen. Das eine ist das Faktische, was du jetzt auch schon angesprochen hast durch diese Klage, diesen Gerichtsprozess, der im Raum schwebt. Und also das Faktische, das was passiert ist und dann auch das Emotionale, um das es ja geht. Und das ist ja nicht so leicht, über sowas zu reden. Also manche sprechen ja auch ihre Gefühle aus, der Wut, der Ohnmacht, aber auch der Scham. Wir alle, glaube ich, reden eigentlich viel lieber über Situationen, in denen wir toll agiert haben, alles richtig erkannt und auch konsequent gehandelt haben, in denen wir schlagfertig waren. Aber solche Erfahrungen, in denen man sich ja vielleicht auch erniedrigt fühlt, überwältigt und erst hinterher eigentlich so richtig realisiert, was da passiert ist, ist ja ganz schwer darüber zu reden, wie… Es wirkt alles relativ flüssig doch, aber ich denke, das war wahrscheinlich auch ein schwieriger Prozess, da hinzukommen in der Arbeit, oder? Ja, also sowas bedarf natürlich Vorgesprächen. Also ich habe mich mit allen Protagonistinnen vorher lange besprochen. Wir haben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ich wusste auch im Vorfeld schon, was die einzelnen Frauen mir erzählen würden. Das finde ich auch ganz wichtig bei so einer Art von Dokumentarfilm, dass ich vorbereitet bin und dass ich zum Beispiel auch weiß, welche Protagonistin ich vielleicht irgendwas nicht fragen sollte. Und ja, wir haben aber irgendwie intuitiv so ein Vertrauen zueinander gehabt, dass das uns echt durch die Dreharbeiten und bis heute getragen hat. Und dieses Gemeinschaftsgefühl war auch ganz, ganz wichtig, um diese Scham abzulegen. Zu merken, ich bin nicht alleine damit und es ist nicht verkehrt, das zu fühlen. Würdest du sagen, der Film ist auch sowas wie ein Empowerment? Im besten Falle ja. Also für uns war es das auf jeden Fall, für uns sechs. Toll ist es, wenn Leute sich danach auch empowert fühlen, die ihn gucken. Man muss es meistens erst mal verdauen, aber vielleicht im Nachgang, ja, regt es dazu an, zu sich selbst zu stehen und zu seinen Meinungen. Jetzt erfährt man ja auch im Film, und du hast es ja auch gesagt, dass das auch deine Geschichte ist. Du warst auch bei diesem Casting dabei und dennoch kommt jetzt deine Geschichte nicht explizit in dem Film vor. Warum nicht? Das war mir von Anfang an ganz klar. Also erst mal war es, glaube ich, wichtig oder eigentlich die einzige Möglichkeit, dass ich überhaupt selbst beteiligt bin, um diesen Film drehen zu können. Sonst hätten die Frauen nicht dieses Vertrauen zu mir fassen können. Das war elementar dafür. Aber mir war trotzdem auch klar, dass ich bei diesen Dreharbeiten als Regisseurin fungieren muss. Und es wäre nicht machbar gewesen, dass ich mich selbst so emotional involviere, weil ich für die Frauen Stabilität bieten musste. Und ich habe dadurch aber auch irgendwie ganz viel Kraft geschöpft. Und mich hat auch nach den Rekonstruktionen die Lisa Marie, eine der Protagonistinnen, gefragt, wie geht es dir denn jetzt damit? Hast du nicht auch das Bedürfnis, deine Geschichte jetzt einmal zu durchlaufen? Und dann meinte ich, nee, habe ich eigentlich nicht, weil ich fühle mich durch euch vertreten. Und das Ganze, es geht ja auch nicht um diese Einzelschicksale, sondern es sind Fallbeispiele. Und deshalb ist es gar nicht so wichtig, wer das erzählt. Es ist eher eine Gruppe, die spricht. Ja, aber es ist ja schon auch so ein Prozess für alle, so des Verarbeitens. Und also hat man das auch während der Arbeit daran gespürt, dass da wirklich ein Verarbeiten auch stattfindet? Auf jeden Fall, ja. Ja, das waren so intensive viereinhalb Tage. Also manchmal mussten wir auch zwischendrin einfach mal eine Pause machen und eine Runde rausgehen und über was anderes reden. Das war aber auch ein Vorteil dieses Theaterseis. Das meinten auch die Protagonistinnen danach ganz schön, dass sie das Gefühl hatten, wenn wir die Türen zugemacht haben zu diesem Saal und wenn wir dann draußen waren im Flur oder im Garten, dann war das auch okay. Dann blieb die Geschichte da drin und wir haben auch echt viel Spaß gehabt. An den viereinhalb Tagen. Also es war Ostern, wir haben Ostereier gegessen. Also es war richtig schön. Ich denke da gerne dran zurück. Kommen wir nochmal auf den, der für all das verantwortlich ist und was ihr da erleben musstet. Ich habe mir, während ich den Film sah, überlegt, wenn mir so etwas passieren würde, ich glaube, mir wäre es wichtig, dass derjenige, dieser Regisseur, der das gemacht hat, dass der zur Verantwortung gezogen wird. Das ist euch auch wichtig durch den Prozess, die Klage. Im Film steht das aber gar nicht so im Vordergrund. Ja, also es wird explizit ausgeklammert. Warum? Das ist ganz klar rechtlich nicht anders möglich gewesen. Also es ist ja auch eine Produktion der Film-Uni Babelsberg. Ich habe es ja nicht selbst produziert. Das war von vornherein Voraussetzung. Aber es spielt auch mit rein, dass die Protagonistinnen das aktuell noch nicht sagen dürfen, weil sie die laufende Klage nicht gefährden wollen. Ich verstehe. Denn, also eine eigentlich der Szenen, die mich auch besonders gepackt haben, ist die, wo alle auf der Couch sitzen und auf einen Bildschirm gucken. Und man hört da diesen Regisseur, wie er spricht. Die Stimme ist verfremdet. Festival-Leiter war das. Festival-Leiter. Das heißt, der Regisseur spricht da gar nicht. Nee, nee. Das war der Festival-Leiter, der diesen Film eingeladen hatte und ihn dann aus dem Programm genommen hat und stattdessen dieses Panel über Machtmissbrauch organisiert hat. Ja, also das macht mich jetzt aber doch ein bisschen stutzig, weil ich nämlich, also man hört ja da eine Männerstimme sagen, die sich eigentlich fast, ja, herablassend äußert, also nicht fast, sondern wirklich ziemlich herablassend darüber, also wie weit eigentlich junge Frauen bereit sind zu gehen, für so eine, um irgendeine Rolle zu bekommen. Das war ein Schauspieler, der das gesagt hat. Ah, okay. Wir haben die Stimmen digital verzerrt danach. Genau, das war, die Hauptstimmen sind einmal der Festival-Leiter und dann ein Schauspieler, der auch in diesem Casting-Team war, der da beteiligt war. Ja, aha, verstehe, okay. Und um nochmal auch, also damit ich es auch wirklich richtig verstehe, die Fakten, das ist ja, also was geschehen ist, es ist ein Machtmissbrauch, es ist sexueller Machtmissbrauch, aber es ist auch, also es ist sehr, sehr vielschichtig und das Ganze ist ja auch, kann man sagen, ein Betrug in mehrfacher Hinsicht. Denn der Regisseur hat euch zu einem Casting eingeladen und ein Drehbuch geschickt, war eigentlich immer klar, oder sozusagen, nein, andersrum, wollte der wirklich nie einen Film machen? War das, weißt du das? Das wissen wir nicht so genau, also dieser Film, für den gecastet wurde, der wurde auch tatsächlich angedreht, nie fertiggestellt und im Rahmen dieser Dreharbeiten sind wohl auch nochmal schlimme Sachen passiert. Aber ob jetzt die Absicht von vornherein darin bestand, das Casting-Material für diese Art von Film zu nutzen, das wissen wir nicht. Es wird von der Gegenseite behauptet, dass die Idee, die geniale Idee im Schnittraum entstanden ist. Wir sind uns dann nicht so sicher. Genau. Und dann, also dann eigentlich, also ein Betrug, weil auch ein Vertrauen missbraucht wird. Eine sagt es ja auch ganz richtig, man geht da hin und man erwartet und man denkt, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und man kann es ja überhaupt nicht fassen, dass das gar nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist auch so, das macht es auch so schwer, dann in so einer Situation wirklich auch zu realisieren, was da los ist und gegebenenfalls seine Sachen zu packen und zu gehen. Du bist Schauspielerin und du hast in über 20 Film, Fernsehproduktionen mitgewirkt. Du weißt, wie Casting unter normalen Bedingungen funktioniert. Könntest du uns vielleicht kurz mal so erklären, wie eigentlich so ein Casting abläuft und anders als das, was ihr erleben musstet? Also in den meisten Fällen wird man von einem Castingdirektor oder einer Castingdirektorin eingeladen, die angestellt ist von der Produktion, um das Casting zu organisieren. Die filtert dann Leute raus, die schlägt Leute vor. Dann wird man inzwischen meist erst um einen E-Casting gebeten. Da soll man sich selbst filmen mit einer Szene oder einer Vorstellung und dann wird man eingeladen zu einer Live-Runde. Da ist dann meistens die Regie dabei und Castingdirektor und dann werden Szenen geprobt. Normalerweise keine Nacktszenen oder intime Szenen. Es gibt aber eben auch viele, oftmals Arthouse-Produktionen, die dann selbst organisiert sind. In dem Fall war ja auch kein Castingdirektor involviert, sondern Produktion und Regie haben das selbst organisiert. Kommt auch vor. Aber ja, das ist manchmal auch schwierig, wenn es keine unabhängige Person gibt, die nicht zielorientiert denkt, ergebnisorientiert, die nur dafür verantwortlich ist. Und ja, das ist natürlich der Nährboden für diverse Übergriffe. Ist das eigentlich so ein Thema zum Beispiel, was in der Schauspielausbildung angesprochen wird? Also wie man so mit so unangenehmen, diffizilen Situationen umgeht? Also gerade was Berührung angeht, Nacktszenen und so weiter. Also so wird man darauf vorbereitet, was wie akzeptabel ist oder wie man sich auch selbst irgendwie verhält? In Deutschland sehr wenig. Also Isabel, die Protagonistin aus New York, die hat auch in New York Schauspiel studiert und die erzählt zum Beispiel, als sie das Studium angefangen hat, hat sie in der ersten Woche einen Workshop gehabt zu Intimacy und zu Toxic Masculinity. Und da ist irgendwie schon ein ganz anderes Verständnis dafür da, dass sowas gelehrt werden muss. Bei uns wenig tatsächlich. Gibt es einen riesen Nachholbedarf und vielleicht hilft dein Film ja dann auch dabei, dass doch viele wach werden. Du hast an einer Stelle gesagt, oder das ist ein Zitat, was ich gelesen habe, dieser Film soll ein Fallbeispiel sein für ein strukturelles Machtproblem. Und das ist auch eigentlich, es ist ein Thema, was glaube ich auch weitergeht in dem Film Fluffy Tales, in einem Kurzfilm. Da geht es ja auch um Machtstrukturen und das finde ich ein enorm wichtiges Thema. Was trägt denn dazu bei, dass solche Machtstrukturen funktionieren? Also ich fand es auch sehr bezeichnend, ich glaube, dass Aileen dieses an einer Stelle sagt, sie stand ja da bei diesem Casting und da war jetzt nicht etwa nur ein Mann, nicht nur der Regisseur da, sondern es war ja auch ein ganzes Team, es war die Produzentin. Das heißt, es waren auch andere da, die mitgewirkt haben und dazu beigetragen haben, dass dieser Machtmissbrauch, diese Übergriffigkeit so stattfinden konnte in dieser auch sexualisierten Weise. Ja, was sind deine Gedanken dazu? Wie funktioniert so eine Machtstruktur? Also ich habe den Eindruck, dass diese Art von Übergriffigkeit oft dort passiert, wo Machtstrukturen schon sehr alteingesessen sind, sehr eingeschliffen sind. Also ich höre zum Beispiel auch viele Geschichten von Universitäten oder Krankenhäusern und da gibt es wirklich viele Geschichten in allen möglichen Branchen. Deshalb ist es mir auch immer so wichtig zu sagen, das ist ein Fallbeispiel. Wir sprechen aus unserem Erfahrungsschatz, der nun mal die Filmbranche ist, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen oder auch familiär lässt sich das finden. Eine Familie ist ja im Prinzip auch hierarchisch aufgebaut und ich finde es sehr interessant, auch wenn ich meine eigenen filmischen Stoffe irgendwie untersuche, dass ich merke, es lässt sich fast immer auf Machtstrukturen runterbrechen. Sei das jetzt irgendwie ein Sozialdrama, Familiendrama, Gesellschaftssatire, das steckt überall drin, wenn man sich das mal genau anguckt. Ja, meistens dort, wo eben diese krassen Hierarchien zu finden sind. Kommen wir vielleicht von da mal auf deinen Kurzfilm, weil er da, also dieses Thema da in so einem Spielfilmszenario eigentlich so plastisch umgesetzt ist. Und da in dem Film fand ich es sehr interessant, dass zunächst mal keiner von denen irgendwie furchterregend wirkt. Die sind doch alle ganz leger. Man denkt nichts Böses und wie dann so plötzlich so eine Grenze nach der anderen eingerissen wird. Das kommt ja irgendwie so peu à peu bis zu dem Punkt, wo die junge Frau sich als Hund gerieren muss. Also es findet da buchstäblich so etwas wie auch eine Entmenschlichung statt. Wie war da so deine Ausgangsidee, das umzusetzen? Du hast ja auch im Vorfeld gesagt, du hast sehr viel recherchiert für den Film The Case You und hast davon Teile, Elemente in dem Kurzfilm untergebracht. Genau. Ja, habe ich ja eben schon erwähnt, dass das eine sehr kurzfristige Sache war. Ja, ich glaube, das hast du gerade schon total schön zusammengefasst, das ist wirklich genau dieses Gefühl, das wir auch beschreiben wollten von ich bin an einem Punkt, ich weiß nicht genau, wie ich dort hingekommen bin, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da rauskomme. Und sowas kann uns allen sehr schnell passieren. Und das ist eben oft nicht so schwarz-weiß oder Gefahren sind nicht immer so leicht zu erkennen, wie du es auch gerade schon schön bemerkt hast. Der Wunsch war ja auch so ein bisschen, es ist ja eine Satire, dass man anfangs noch lacht und dass einem dieses Lachen dann irgendwann im Heise stecken bleibt. Also, das ist so ein bisschen diese Kurve, die wir erzählerisch gehen wollten. Und ja, mir war es auch wichtig, dass Ella, die Hauptfigur, eine persönliche Entwicklung macht. Tolle Schauspielerin. Oh, sie ist ganz toll. Alexandra Sagurna, ganz tolle Schauspielerin. Dass ihr Charakterbogen ein anderer ist als der filmische Bogen. Denn sie hat für sich was gelernt. Sie hat gelernt, aufzumucken. Sie hat gelernt, sich aus solchen Situationen rauszuziehen. Aber das System und die Gesellschaft dreht sich weiter. Und das wird auch so weitergehen, wenn es Menschen geben wird, wie Jessie, die am Ende reinkommt, die nicht hinterfragt, was sie machen soll, die einfach das stumpf befolgt. Und natürlich durch die übergriffigen Menschen auf der anderen Seite. Auch ein wichtiger Punkt, auch wenn wir nochmal über The KSU sprechen oder wenn wir über Schauspielausbildung sprechen, Intimacy, solche Sachen, dass es natürlich auch auf der anderen Seite stattfinden muss. Also die Menschen, die zu Machtpositionen ausgebildet werden, die müssen auch meiner Meinung nach darin geschult werden, wie sie damit umzugehen haben. Denn also gerade in so einer Schauspielsituation oder einer Filmsituation, man ist ja auch unheimlich verletzlich, weil man so sehr viel auch von sich preisgeben muss. Und wie gehst du denn selbst damit um, als Schauspielerin und auch als Regisseurin, dass du dir also da über die Grenzen auch immer bewusst wirst? Also in den letzten Jahren habe ich als Schauspielerin kaum was gemacht, weil ich einfach mein Regiestudium hatte. Ich würde jetzt, also jetzt habe ich ab und zu so ein paar kleinere Sachen. Ich gehe jetzt schon anders damit um. Also ich hatte zum Beispiel nach diesem Casting und auch nach den Dreharbeiten noch mal ein Casting, bei dem auch so ein bisschen ähnliche Mechanismen stattgefunden haben. Nicht so übergriffig, aber es hat sich auch niemand vorgestellt. Man wurde irgendwie in das Rampenlicht gestellt. Ich wusste nicht, wer wer ist. Der Text wurde einem so reingeschmissen und man wurde irgendwie auch so wirklich entmenschlicht behandelt. Und da habe ich dann zum Beispiel gesagt, ich möchte jetzt, dass ihr euch vorstellt. Hi, ich bin Alison. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Und dann wurde, mir wurden auch immer nur so spärliche Infos gegeben und ich habe mir dann rausgenommen, diese Infos auch zu erfragen. Habe auch im Nachgang noch mal eine E-Mail geschrieben und Inspiration für Verbesserungen gegeben. Also ich will auch nicht so eine anstrengende Kollegin sein, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man irgendwie für sich lernt, Dinge anzusprechen. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Die haben gut reagiert tatsächlich. Also die haben dann auch mir für die E-Mail gedankt. Also erst am Casting-Tag waren sie, glaube ich, ein bisschen überfordert davon. Aber dann auf die E-Mail haben sie sehr nett zurückgeschrieben und mir dafür gedankt. Ich habe noch eine letzte Frage und dann würde ich gerne auch Ihnen die Möglichkeit geben. Jetzt ist dieser Film raus. Er spielt in den Kinos. Er wurde schon viel gesehen auf Festivals. Wie sind denn die Reaktionen auf den Film? Sehr gut auf jeden Fall. Also wir kommen ganz viel ins Gespräch. Es ist Wahnsinn, wie viele Leute sich an mich und auch an die Protagonistin wenden und von ihren eigenen Missbrauchserfahrungen erzählen. Also das ist schon was, was uns durch die ganze Kinoauswertung hindurch begleitet. Und wirklich vom 18-jährigen Mädchen bis hin zum 70-jährigen Mann. Also das betrifft wirklich die ganze Gesellschaft und ja, das ist teilweise schon sehr emotional anstrengend, aber es ist auch wunderschön, dass Leute sich ermutigt fühlen, zu sprechen. Ja, haben Sie Fragen? Hier gibt es ein Mikrofon. Einfach die Hand heben, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Ja, ich komme zu Ihnen. Ja, ich fand den Vorfilm wirklich sehr gut, weil der im Prinzip das Problem verdeutlicht hat, das wir nachher gar nicht so klar vielleicht wahrnehmen konnten, auch wenn wir es intellektuell verstehen konnten, weil das System deutlich wurde. Also im Prinzip haben in diesem Vorfilm die Verantwortlichen sehr vernünftig sich verhalten und gesagt, ja Moment, der Hund ist nicht gut, du wirst etwas anderes finden, ja du bist jetzt der Hund. Man hat also schnell Lösungen kreiert, die aber völlig auf dem Rücken dieser Schauspieler ausgetragen wurden und hat das immer weiter pervertiert. Also ich denke mal, für uns war das interessant, darauf vorbereitet zu werden und das hat auch für den Film vieles klar gemacht. Also wir konnten dann schon nachvollziehen, was diesen Frauen da passiert ist. Und es ist tatsächlich so, es ist ein System, denn da ist eine Masse von Menschen, die das steuert und eine Person, die eben allein auf der Bühne steht und eigentlich nicht raus kann, weil sie will das ja machen und möchte gut sein und möchte nicht als Schüchtern, Brüder, sonst irgendwas wirken. und ich glaube, dieser Druck ist schon immens und dem zu widerstehen, damit schließe ich jetzt auch ab, dadurch, dass diese Gruppe zusammengefunden hat und die sich gegenseitig gestärkt haben, konnten die da auch noch darüber reden, als es eine Person allein hätte machen können. Das ist ein schönes Feedback, danke. Stimmt, vielleicht macht es wirklich Sinn, diese beiden Filme öfter mal zusammen zu zeigen. Ja, aber das stimmt, also alleine, das ist auch total interessant, wenn wir uns darüber austauschen, wie wir uns zunächst alleine gefühlt haben mit der Situation und was sich dann verändert hat durch den Austausch. Also die Protagonistinnen oder die Beteiligten sind auch sehr unterschiedlich damit umgegangen. Manche haben erst mal auch ein Jahr lang mit niemandem gesprochen und sich erst später an eine Gruppe gewandt. Andere haben direkt die Vernetzung gesucht, eine Woche nach dem Casting oder so. Und ich glaube, also es ist auch total okay und wirklich individuell. aber im Endeffekt sich zu Banden zusammenzuschließen ist immer gut und es ist auch jetzt total spannend. Nach unseren Screenings sind auch noch viele SchauspielerInnen zu uns gekommen, die zum Beispiel auch bei diesem Casting waren, die sich dann wiedererkannt haben in der Situation und die zum Beispiel gar nichts wussten von der Klage. Und ja, diese Art von Vernetzung ist ganz viel wert. Eine Frage zu dem Thema Schweiz. Warum findet das Ganze in der Schweiz statt? War das Casting in der Schweiz damals oder was war der Grund dafür? Das war an unterschiedlichen Orten auch in der Schweiz, aber es ist ein Schweizer Regisseur und Schweizer Produktionsfirma. Okay, danke. Sehr teuer alles. Ich frage mal zwischenrein, es hat sich ja ein bisschen was verändert jetzt auch im Zuge von MeToo. Es gibt jetzt einige Anlaufstellen zum Beispiel auch und konkret am Set ja auch Veränderungen. Vielleicht kannst du auch mal einen Einblick geben, wie da die neuen Strukturen sind. Ja, also es verändert sich schrittchenweise was. Ist noch Luft nach oben. Aber es gibt zum Beispiel seit ein paar Jahren einen neuen Beruf, Intimacy Coordination heißt das. Das ist wie ein Stunt Coordinator, aber für intime Szenen. Und das gab es bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht in Deutschland. Und das ist aber eine total tolle Sache. Ich habe auch gerade kürzlich zum ersten Mal mit einer zusammen gedreht und die sorgt eben dafür, also die organisiert alles rund um intime Szenen. Die spricht mit Regie vorher, die spricht mit Schauspiel, mit Produktion, die ist eine Schnittstelle, die choreografiert auch die intimen Handlungen und die sorgt für Sicherheit am Set, die macht Nachbesprechungen. Und ich glaube, sowas ist absolut der richtige Schritt. Einfach für mehr Transparenz zu sorgen und das Ganze auch wirklich als was Handwerkliches zu betrachten und nicht als sowas Pseudo-Künstlerisches, was irgendwie nur authentisch ist, wenn es nicht gespielt ist, was auch, finde ich, sehr dreist dem Schauspielhandwerk gegenüber ist, weil Schauspielende ja dazu ausgebildet werden, sich in Situationen zu begeben und die kennen ihre Handwerkzeuge, ihre Werkzeuge. Ja, das ist zum Beispiel eine neue Entwicklung, die es gibt. Meine Frage im Film kam rüber, dass es darum geht, dass der Film nicht gezeigt wird, also dass es um die Persönlichkeitsrechte geht. Ist tatsächlich die Klage jetzt darauf reduziert oder gibt es rüber hinaus eine Klage? Ja, also es wurde juristisch geraten, erst diese Persönlichkeitsrechtsklage zu machen und danach werden sich manche der Frauen dafür entscheiden, auch gegen die sexualisierte Gewalt vorzugehen, wobei die Chancen da, glaube ich, recht schlecht sind. Also gibt es keine Fristen, die da einzuhalten sind? Da kenne ich mich leider nicht genau aus. Also ich glaube, sie wollen es versuchen. Mir ist zum Beispiel keine sexualisierte Gewalt widerfahren bei dem Casting, aber ich denke, die Chancen sind leider nicht gut. Ich habe nochmal eine Frage und zwar fällt einem sofort die Geschichte Weinstein in den USA ein und ist das jetzt eigentlich auch eine breitere Sache, die jetzt gar nicht so publik ist, dass es in Italien, Frankreich, Skandinavien oder in allen möglichen Ländern jetzt auch gewissermaßen aufweicht? Ich glaube, diese Weinstein-Geschichte hat ja doch auch für eine größere Anforderung Akzeptanz dann oder auch für so ein Aufwecken, für diese Thematik überhaupt gesorgt. Ja, es ist absolut auch eine europäische Thematik. Ja, es wurde über Weinstein, über die ganze amerikanische Branche sehr viel gesprochen, sehr viel Bericht erstattet, aber auch hier in Deutschland, wenn man mal genau hinschaut, da passiert so viel und ja, wir hoffen jetzt auch durch den Film irgendwie dazu beitragen zu können, dass es nochmal aufgerollt wird, weil MeToo kam einmal kurz nach Deutschland, war dann auch schnell wieder weg. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, das haben wir jetzt auch erledigt, aber man muss nur mal nachfragen und zwar nicht nur zwischen irgendwie Regie und Schauspiel. Ich kenne auch ganz viele Kostümbildnerinnen oder Garderobieren, die erzählen, wie sie von Schauspielenden missbräuchlich behandelt wurden. Also ganz oft in diesen Hierarchien immer ein Stiefchen runter. Das ist auf jeden Fall hier allgegenwärtig. Ich hätte noch eine Frage zur, ja, ich möchte mal sagen, zur Auswahl der fünf jungen Frauen, weil das ist mir nicht ganz klar geworden, ist in diesem Kontext dieses Castings für diesen Film, der jetzt nicht gezeigt wurde, sind da noch weitere Fälle aufgetreten oder waren tatsächlich das die fünf, die betroffen waren, die auch bereit waren, an deinem Film mitzumachen und die du dann auch gezeigt hast oder gab es zum Beispiel noch weitere, die vielleicht an deinem Film nicht mitmachen wollten? Wie kann man sich das vorstellen? Also es waren ja wirklich hunderte Schauspielende bei dem Casting. Es sind auch viele Fälle von Missbrauch passiert, aber letztendlich haben sich ungefähr, ich glaube, es sind jetzt zehn dazu entschieden, zu klagen. Und fünf davon sind meine Protagonistinnen. Ich war noch mit zwei anderen im Gespräch. Bei der einen ging das aus zeitlichen Gründen nicht. Die andere war sich unsicher, ob sie das im Film erzählen möchte. Und ja, so war das wirklich nur dieser Handvoll. Also ich bin auch sehr glücklich mit der Auswahl. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich mich darauf irgendwie beschränken müssen. Aber ja, es ist dann doch auch erschreckend, wie wenig sich dann für die Klage entscheiden. Hängt natürlich auch mit finanziellen Gründen zusammen. Es waren auch anfangs noch mehr. Es waren noch ein paar mehr, die mussten aber dann aus finanziellen Gründen wieder zurücktreten von der Klage. Das ist bitter. Aber es gibt ein breiteres Netzwerk, also das Kontakt gibt zu viel mehr oder würdest du sagen, das ist jetzt so euer Netzwerk, die kleine Gruppe, die in dem Film zu sehen war? Auf diesen Fall bezogen? Auf den Fall. Da gibt es schon noch ein paar mehr. Also es kommen jetzt auch, wie ich eben meinte, noch mehr zu uns, die von diesem Casting erzählen, davon erzählen, was sie erlebt haben. Ich hätte noch eine persönliche Frage vielleicht dazu. Wenn du gewusst hättest, was da alles in dem Schauspielberuf auf dich zukommt, hättest du dich trotzdem fürs Schauspielen entschieden? Damals am Anfang. Ja, es ist ja keine Möglichkeit zu sagen, nö, mach ich nicht, weil könnte gefährlich werden. Lieber mach ich und versuche, was zu ändern. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich das auch von der anderen Seite aus verändern kann. Also ich achte jetzt extrem darauf, wie ich meine eigenen Castings gestalte, wie ich mit Schauspielenden kommuniziere und nicht nur mit Schauspielenden, mit dem ganzen Team. Also ja, ich glaube, aber in unserer Generation tut sich auch gerade was. Also ich glaube, auch weil du eben gefragt hast nach neuen Standards, ich glaube, die kommen jetzt. Also es wird einiges ins Rollen gebracht. Eine neue Auffassung auch vom Regieberuf oder dieser Gedanke des Regie-Genies, der wird langsam so ein bisschen geschwächt, was eine gute Sache ist. Der ja dann auch vielfach einherging mit so einem völlig fehlenden Unrechtsbewusstsein. Aber das ist eine ganz interessante Frage, die würde ich ganz gerne aufgreifen und nochmal anders wenden, denn dieses Thema der Schauspielberuf, was ist das, was ist das für einen selbst, warum ist man denn das geworden, hadert man damit, das ist ja auch etwas, was du thematisierst mit den fünf Schauspielerinnen im Film. Bei einer spürt man das, die sagt, ich hätte alles Mögliche studieren können, so da finde ich, ist sehr stark, da weiß man nicht, will sie eigentlich den Beruf weitermachen. Wie sieht es denn für die Gruppe insgesamt aus? Sind die gefestigt und weiter voll dabei, Schauspielerin zu sein, trotz dieser Erfahrung? Oder... Ja, auf jeden Fall. Also auch gerade Gabriela, die hat auch eine Riesenentwicklung gemacht. Die spielt auch weiterhin und die, ja, also ich fand das ganz toll, wir waren glaube ich bei Achtung Berlin, bei der Berlin-Premiere und waren dann zusammen auf der Bühne und haben Q&A gemacht und Gabriela hatte so ein Selbstbewusstsein, hat irgendwie noch Witze gemacht und die ist da sehr gestärkt daraus hervorgegangen und bin sehr stolz auf alle. Ja, also unterschiedlich. Die meisten spielen noch, manche haben sich auch ein bisschen hinter die Kamera bewegt, manche produzieren jetzt auch oder führen Regie, aber beim Medium sind eigentlich alle geblieben. Ja, ich würde auch gerne da nochmal ansetzen, da bei dieser Frage nach, wie führt man Regie? Also ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan der Filme von Pedro Almodóvar und finde auch, dass er irgendwie immer tolle Schauspieler und Schauspielerinnen hat, aber mir hat einen Satz mal sehr zu denken gegeben, den er gesagt hat, als er nämlich gesagt hat, für ihn ist eines der größten Ereignisse, wenn eine Schauspielerin in einem seiner Filme weint. Und da habe ich mir so die Frage gestellt, wie geht man in diesem Moment vor im Film? Also das ist ja immer eine ganz schwierige Situation für einen Regisseur, für die Schauspielerin, und so weiter. Also wie kriegt man jemand dazu, dass er weint, dass er für uns, für das Publikum auch wirklich echte Emotionen rüberbringt, aber gleichzeitig muss man die Person ja auch in dieser Situation schützen, dass sie eben eigentlich keine echte Emotionen hat, beziehungsweise nicht darunter leidet hinterher. Ja, also ich kenne jetzt den Kontext natürlich nicht, in dem er das gesagt hat, aber generell finde ich, und das meinte ich auch eben mit, wenn man das Gefühl hat, man muss Schauspielende manipulieren, um eine berührende Emotion hervorzurufen, dann nimmt man deren Handwerk nicht ernst. Denn Schauspielende werden ja dazu ausgebildet, selbst dorthin zu finden. Das heißt, ich als Regie muss bestenfalls nicht dafür sorgen, dass irgendwer weint, sondern ich stelle den narrativen Kontext klar, ich gebe körperliche Vorgaben oder textliche Vorgaben und die schauspielende Person füllt das dann mit ihrem Handwerk und ihrem Leben. Und ich finde sowas wie denk doch mal an deine tote Oma sehr unprofessionell. Also das mag vielleicht auch manchmal eine Regieanweisung sein, aber das sollte absolut nicht nötig sein. Also ja, ich muss mir mal das Interview angucken. in dem er das gesagt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit die echte Emotion meinte oder hast du da noch mehr Kontext zu? Ich nehme schon an, dass das für ihn sehr wichtig ist, dass das eine echte Emotion ist, weil es würde ja, glaube ich, auch sonst nicht funktionieren. Na, ich glaube, da ist der Begriff echt zu hinterfragen. Also zum Beispiel in der letzte Tango von Paris gab es ja auch die berühmte Vergewaltigungsszene, mit der die Schauspielerin überrascht wurde. um diese echte Emotion einzufangen und das ist einfach nicht okay und ich glaube auch, auch als Regisseurin, glaube ich nicht daran, dass es dadurch besser wird. Ich glaube, dass Schauspielende das Beste zeigen können, wenn sie sich unterstützt fühlen und wenn sie sich sicher fühlen. da für mich auch eine der interessantesten Szenen auch war, wie die zusammensitzen und dieses Festival anschauen, ist ja auch irgendwie, finde ich, ein großes Problem auch, dass dieses Festival diesen Film gezeigt hat und im Hinblick auf andere Filme ja auch immer wieder, dass irgendwie von anderen Regisseuren meistens irgendwie noch Filme gezeigt werden, die schon auch irgendwie problematisch sind und wo ich mir denke, irgendwie bräuchte es nicht auch in der Hinsicht vielleicht auch manchmal irgendwie so wie bei anderen, ich nenne es jetzt mal Produkten, irgendwie auch ein Label, dass irgendwie dieser Film entstanden ist, ohne dass irgendwelche Leute dabei traumatisiert wurden, weil man sieht es irgendwie nicht immer 100 Prozent, was ist jetzt echt, was ist jetzt nicht echt und ich finde, es ist schwierig manchmal da irgendwie dann den Überblick zu behalten, wenn man jetzt nicht ständig die Möglichkeit hat, jetzt gerade mit den Leuten zu sprechen. Stimmt, das ist ja immer eine gute Idee, so ein Label. Es steht ja auch drunter, es kamen keine Tiere zu Schaden, aber genau und keine Menschen, finde ich eine gute Idee. Ja, also dieses Festival hatte den Film dann nicht gezeigt, also sie hatten den Film aus dem Programm genommen und hatten stattdessen diese Podiumsdiskussion zum Thema Machtmissbrauch gemacht. Ich habe nochmal eine Frage zu dieser Szene mit der Podiumsdiskussion, die sich die Frauen anschauen. Das ist ja, also es ist nicht live, sondern es ist zeitlich versetzt. Dieses Festival hat schon stattgefunden und du zeigst es, sie sehen sich das an und reagieren. Als dieses Festival stattfand, mit dieser Podiumsdiskussion, gab es da auch welche, die sagten, ich muss da hin, ich will da den zur Rede stellen und dann mit dabei sein oder war er das Bedürfnis stark, damit will ich gar nichts mehr zu tun haben? Ja, also dass der Regisseur da kommen würde, das war auch gar nicht angekündigt. Also ich weiß jetzt nicht, was gewesen wäre, wenn angekündigt worden wäre, dass er da ist. Aber also die meisten Schauspielenden aus dem Fall, die haben sich wirklich ein bisschen veräppelt gefühlt, weil es hieß dann, ja, wir laden euch ein, diskutiert mit uns, ja, dann musst du auch erst mal die Anreise selbst bezahlen, dann fährst du da irgendwo durch die Landschaft und musst dir dann solche Sachen anhören. Also ich glaube, das kann man niemandem vorwerfen, da nicht hinzufahren. Und auf wessen Betreiben wurden Sie eingeladen zu dem Festival? Von dem Festivalleiter, der dann den Film aus dem Programm genommen hat und dann stattdessen quasi eingeladen hat, darüber zu diskutieren. Aber mein Team und ich, wir sind dann hingefahren. Genau, oder ist eine Frage? Ich habe nochmal eine Frage, ohne dass da jetzt ein Name genannt werden muss, aber ist der Regisseur noch aktiv oder hat er danach noch Filme gedreht oder ist jetzt eigentlich auch so die Sache dadurch, dass jetzt ja doch auch eine große Gegenbewegung hinkommt, dass dann so ähnlich wie, naja, wo die Ellen oder so, der dann eigentlich dann ja doch relativ weit außen ist jetzt? Also meines Wissens nach hat er nichts mehr gemacht. Gucken wir mal, ob das so bleibt. Ich denke schon. Ja, wir haben eine große Frage, die, oder hast du noch was, Marit? Ich habe schon noch eine Frage für den Abschluss, aber stell erst mal deine. Ja, weil wir haben auch quasi so eine Art Abschlussfrage, nämlich die Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film und ist sozusagen eine Frage. Aus deiner Sicht, du bist jetzt auch eingestiegen ins Serienbusiness, hast da Regie geführt, ein neuer Spiel. Ich darf noch nicht sagen, wofür. Aber trotzdem, du hast jetzt quasi dokumentarisch gearbeitet, Kurzfilm, studierst, jetzt kommt die Serie. Aus deiner Sicht, Schauspiel und Regie, weil das hast du gesehen. Was würdest du antworten auf, was tut sich im deutschen Film? Also, es tut sich auf jeden Fall viel. Also, es wird viel mehr reflektiert, es wird viel mehr, also gerade in den, gut, ich halte mich auch in so jungen Produktionen auf, also das ist, glaube ich, auch nochmal eine Blase. Aber da kann ich auf jeden Fall berichten, dass da total viel sensibilisiert wird, auch allein, dass es jetzt selbstverständlich ist, Intimacy Coordination anzufragen für intime Szenen, sowas, oder dass, ja, irgendwie versucht wird, Hierarchien flach zu halten, also, das tut sich, ich glaube auch, dass neue Themen angesprochen werden, dass es auch mehr weibliche Stimmen im Kino gibt, da ist auch noch Luft nach oben, also wenn man sich mal anschaut, es sind 50 Prozent weibliche Absolventinnen von Regiehochschulen und nur 20 Prozent weibliche Regisseurinnen, die tatsächlich in dem Beruf arbeiten, also da ist viel Raum nach oben, ich glaube aber, dass auch das total wichtig ist, um einfach vielfältige Perspektiven zu erzählen, sei das auf die Gesellschaft oder auf Sexualität oder sonst was und ich glaube, dass das jetzt auch langsam im Wandel ist und dass die Zukunft ganz gut aussieht. Ja und meine Abschlussfrage ist, was kommt jetzt von dir als nächstes? Von mir kommt jetzt bald eine coole Serie, deren Namen ich noch nicht nennen darf, aber sie ist sehr cool und ja, ich schließe dieses Semester mein Studium ab, wenn ich es schaffe, meine Bachelorarbeit zu schreiben und ja, habe auch noch andere Projekte in der Pipeline, ich darf leider noch nicht so viel sagen, aber auf jeden Fall Sachen, die mir sehr viel Spaß machen. Und eher im Dokumentarbereich oder Spielfilm oder Fiktion? Alles Fiktion, das tut mir immer leid, wenn mich Leute aus der Dokumentarfilmbranche das fragen, weil ich würde auch sagen, The Case You ist gar kein klassischer Dokumentarfilm, also klar, die Inhalte sind dokumentarisch, aber ich kann mich gar nicht vergleichen mit Dokumentarfilmschaffenden, die irgendwie zwei Jahre lang jemanden im Himalaya begleiten oder so. Das ist auch immer lustig, wenn man mit denen zusammen auf Festivals läuft und die fragen dann, und wie lange hast du gedreht? Ich so zwei, drei Jahre und ich so, ja, viereinhalb Tage. Deshalb, ich habe höchsten Respekt davor, aber ich sehe mich jetzt auch nicht als Dokumentarfilmschaffende in dem Sinn. Deshalb alles, was jetzt folgt, ist fiktional. Sogar Genre wechselst du jetzt, ne? Ja, auch zum Teil. Okay, ja, man darf gespannt sein. Also, ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit. Danke für das Gespräch, danke für diesen eindrucksvollen Film und ich hoffe, dass noch viel, viel mehr Menschen den sehen, wie jetzt schon in den vergangenen Wochen und Sie haben es alle gehört, wenn Sie sich in irgendeiner Weise an der Klage beteiligen wollen, gibt es ein Crowdfunding. Ja, viel Erfolg mit allem. Genau, und bevor wir jetzt ganz endgültig abschließen, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen. Die Reihe geht natürlich weiter. Nächsten Monat, 12. Mai, wird Max Linz hier bei uns zu Gast sein, ganz spannender Regisseur, dessen Filme allesamt bei der Berlinale liefen. Das war jetzt ein dritter L'Etat et moi, also nicht der Staat bin ich, sondern der Staat und ich, mit Sophie Reuss in einer Doppelrolle, eine fulminante Verwechslungskomödie mit politischem Anspruch, sage ich mal. Es lohnt sich sehr, das Ganze im Rahmen des Lichter Filmfests. Und jetzt sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und diesen wunderbaren Film. Elsen Kuhn, vielen Dank. Danke für die Einladung und für die Fragen. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020